Für mich ist einfach das Wichtigste, dass ich da drüben dann einfach meine Leistung bringe und egal ob es jetzt Olympia ist oder ein Workup-Renner, grundsätzlich ist es immer ein Skirenner. Und an erster Stelle steht die eigene Leistung und das ist das, was man selber beeinflussen kann. Was dabei raus schaut, da kann es genauso sein, dass ein anderer den Takt seines Lebens hat und dann das Renner gewinnt, aber natürlich schaut man selber schon, also ich selber schon, dass ich meine Leistung bringe. Olympia ist natürlich cool, gar keine Frage. Es ist auch wirklich das Nonplusultra, was an Sport geht, aber letztendlich ist es nichts anderes als ein normales Skirenner und das werde ich auch probieren, dass ich das dann so angehe.